Herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Gespräch. Ich habe als Gast Bernhard Seliger. Er ist seit Jahrzehnten, seit mehr als zwei Jahrzehnten in Seoul, in der Hauptstadt von Südkorea, aktiv und ist für Südkorea und Nordkorea verantwortlich in der Hans-Seidel-Stiftung. Die Hans-Seidel-Stiftung ist eine bayerische politische Stiftung, die in 71 Ländern dieser Welt aktiv ist, um politische Bildung zu betreiben, um das zu machen, was man auch Völkerverständigung nennen kann und ist als Institution mit großer wissenschaftlicher Redlichkeit sehr, sehr relevant, auch für meine Arbeit in der parlamentarischen Diplomatie, in deren Rahmen ich kürzlich die Vorsitzführung der Korea-Delegation des Europäischen Parlaments übernehmen durfte. Das ist in mehrerlei Hinsicht eine spannende und interessante Aufgabe, in der es sich lohnen würde, wirksam zu werden, weil Südkorea ist ein wichtiger Handelspartner der Europäischen Union. Die Europäische Union hat einen Exportüberschuss, also wir verkaufen dorthin mehr, als die uns verkaufen, trotz Samsung, trotz Hyundai, hängen auch viele Arbeitsplätze, viele Zukunftschancen in Europa von der guten Zusammenarbeit mit Südkorea ab. Also die wirtschaftliche Bedeutung ist enorm, aber auch die geopolitische Bedeutung, weil Nordkorea als sehr aggressive Diktatur ein Sicherheitsrisiko für Asien, für die ganze Welt ist und andererseits auch innerhalb des Landes Menschenrechte, wie wir sie verstehen, Menschenwürde und Freiheitsrechte nicht beachtet. Deshalb auch ein wichtiges Handlungsfeld zur Schaffung von Freiheit und Frieden auf diesem Planeten und zur Stabilisierung nicht nur Asiens, sondern insgesamt der globalen Politik. Ich freue mich daher, Bernhard Seliger zu Gast haben zu dürfen heute, der uns einen tiefen Einblick geben wird in Staat und Gesellschaft, in wirtschaftliche Fragen, aber auch in Sicherheitsfragen, in kulturelle Fragen und viele andere Themenbereiche, die mit Südkorea und Nordkorea zu tun haben. Herzlich willkommen und danke fürs Dasein in unserem Podcast, Bernhard Seliger. Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Mandl und ich freue mich sehr, hier zu sein und möchte Ihnen herzlich auch gratulieren, dass Sie jetzt die Leitung der Delegation zu Korea übernommen haben, denn wie Sie schon gesagt haben, für Europa, für Österreich, für Deutschland, für Bayern, Korea ist ein ganz wichtiger Partner, den man nicht vergessen kann und der doch sehr weit weg ist. 8000 Kilometer trennen uns, doch haben wir vieles gemeinsam und viele Herausforderungen und eben auch manche Chancen. Vielen Dank für die Expertise, die Sie einbringen. Verlässliche Fachleute sind entscheidend, um gute Politik machen zu können, Entscheidungen treffen zu können, die evidenzbasiert sind. Beginnen wir mit Südkorea. Es gibt ein Handelsabkommen seit 2011, das sich für die Europäische Union noch besser auswirkt als für Südkorea, für beide Seiten aber Arbeitsplätze schafft und Wohlstand unterstützt. Wie hat sich denn das entwickelt und welche Zukunftsoptionen sehen Sie für den wirtschaftlichen Austausch zwischen der Europäischen Union und Südkorea? Ja, wie Sie gesagt haben, in der Tat, der Handel ist zunächst einmal für beide Seiten positiv, nicht nur für die Europäische Union, aber tatsächlich hat er sich dann seit dem Freihandelsabkommen, und das hatten wenige erwartet bei uns. Sehr, sehr dynamisch, gerade für Firmen aus Europa entwickelt. Das sind zum Beispiel Firmen im Anlagebau, auch österreichische Firmen sind dabei. Das sind Autofirmen aus Deutschland. Das sind auch sehr viele Konsumgüter. Das betrifft den Agrarsektor, wo wir einen sehr, sehr interessanten, profitablen Handel haben, wo wir in Europa Teile des Schweins, die die Asiaten besonders lieben, Schweinebäuche nach Korea liefern und die wiederum die Teile, die wir lieber essen, zu uns. Da gibt es also sehr, sehr viele Win-Win-Situationen. Das ist wirklich eine globale Symbiose, gewissermaßen. Ja, ganz genau. Und wie Sie sagten, es ist auch eine Zukunftsfrage. Korea investiert, wie auch Europa im Moment, massiv in künstliche Intelligenz, in selbstfahrende Autos, in Batterien, was ja ein ganz wichtiges Thema ist, die Speicherung von Energie. Und da sind viele Bereiche, in denen wir zusammenarbeiten können und in denen auch europäische Hochtechnologie in Korea sehr gefragt ist. Das heißt, Südkorea ist nicht nur ein täglicher wichtiger Wirtschaftspartner, sondern auch ein Zukunftspartner, wenn es um Innovation geht, darum durch neue Technologien dem Klimawandel zu begegnen oder die Chancen der künstlichen Intelligenz zu nützen und selbstverständlich auch die Risiken der künstlichen Intelligenz möglichst zu minimieren. Ist Südkorea auch ein Bildungspartner auf dem akademischen Sektor und auf anderen Sektoren? Inzwischen ein sehr starker Partner. Was wir immer hatten, war, dass seit den 60er Jahren, seitdem sich Korea so rasant wirtschaftlich entwickelt hat, Korea viele Studenten nach Europa geschickt hat. In Österreich, in Deutschland waren es gerade im musischen Bereich Studenten, im philosophischen Bereich, künstlerischen Bereichen, aber auch Ingenieure zum Beispiel, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen. Aber jetzt ist dazu gekommen, dass in den letzten 10 oder 15 Jahren auch die koreanische Universitätslandschaft sich sehr geöffnet hat und dass sie sehr viele Europäer haben, die meistens dann in englischer Sprache, weil das koreanische nicht so leicht zu erlernen ist, dort studieren, im internationalen Handel, Management oder Politik in sehr vielen Bereichen. Also da haben wir jetzt inzwischen auch einen regen Austausch. Und dasselbe betrifft auch den Forschungsbereich. Wir haben ein Euraxis-Office, heißt das in Seoul, was versucht eben koreanische Wissenschaftler, die in Spitzenbereichen Forschen nach Europa zu bringen, damit wir dort auch mit den europäischen Programmen, den Marie Curie Fellowships zum Beispiel, zusammen forschen können. Und das ist auch etwas, was unsere Forschung und dann auch unsere Wirtschaft nachher weiterbringen wird. Also wir haben hier in Form von Südkorea einen verlässlichen Partner in Form eines demokratischen Rechtsstaats. Ich mache jetzt einen harten Themenwechsel, aber geografisch nur einen ganz kleinen Sprung, weil es so etwas gibt zwischen Südkorea und Nordkorea auf dieser koreanischen Halbinsel wie, wenn ich das theatralisch sagen darf, eine gespenstische Grenze, an der ganze Familien früher entzweit worden sind und wo bis heute, wenn auch nicht Krieg, formal am Papier natürlich schon Krieg, aber so etwas wie Friedhofsruhe herrscht. Was bedeutet denn diese Grenze diesseits und jenseits der Grenze für die Südkoreanerinnen und Südkoreaner, für die Menschen in Nordkorea gleichermaßen für das tägliche Leben, für das Familienleben, für die verschiedenen Generationen auch der einzelnen Familien und dafür, dass sie sich so entzweit sehen, obwohl sie ja alle Koreanerinnen und Koreaner sind. Für die Südkoreaner ist es natürlich so, dass nach 70 Jahren nach dem Krieg ohne Post, ohne Telefonate, ohne Familienzusammenführung die Verbindungen nach Nordkorea fast nur noch in der letzten ältesten Generation vorhanden sind. Es gibt also ungefähr 100.000 Südkoreaner, die in dem Wiedervereinigungsministerium registriert sind für mögliche Zusammenkünfte mit ihren Verwandten. Und ansonsten ist die Grenze eigentlich eine Nicht-Einheit. Das heißt, die Koreaner versuchen, die zu vergessen und reden relativ wenig darüber, die Südkoreaner. Also es ist, als wäre Niemandsland hinter dieser Grenze. Sozusagen. Auch die Karten, die südkoreanischen Karten zeigen dann meistens weiße Flecke. Die Südkoreaner sind ja sehr weit in der Anwendung auch von Technologien. Und wenn man dann auf die Naver-Map guckt, was sowas wie eine Google-Map ist oder so, dann findet man dort plötzlich nach Nordkorea, dann gibt es noch so ein paar kleine Wege, die reinragen und alles ist weiß. Das heißt, es wird wirklich ausgeblendet. Auch aus politischen Gründen werden die wenigen Webseiten, die Nordkorea hat, nicht zugänglich gemacht in Südkorea. Und das Gespenstische ist daran natürlich, dass Südkorea ein sehr wohlhabendes Land ist inzwischen in der OECD seit 1997. Und wenn man überlegt, nur 70 Kilometer nördlich von Seoul fängt dann ein ganz anderes Land an. Ein Land, in dem die Landwirtschaft noch so betrieben wird wie vor 5000 Jahren, in dem Ochsenkarrenflüge, ganz primitive landwirtschaftliche Methoden vorherrschen sind, in denen es zwar ein aggressives Militär gibt und auch gewisse Industrien, die etwas weiterentwickelt sind, aber wo das ganze Land in einem ganz anderen Entwicklungsstand ist als das von Südkorea. Und was das tägliche Leben betrifft, müssen wir noch einmal festhalten oder will ich vertiefen, was Sie gesagt haben. Man kann nicht einmal anrufen in Nordkorea, aus Südkorea. Stimmt das so? Ja, das ist so. Es gibt also eine einzige Telefonleitung, eine Hotline, die auch jetzt wieder erst mal vor zwei Jahren, als es eine gewisse Öffnung in Nordkorea gab, zu Gesprächen mit Südkorea neu gelegt werden musste, weil die alte Hotline von den Nordkorea dann gekappt wurde. Ansonsten gibt es keine Anrufe. Es gibt keinen Postverkehr. Man kann also seinen Verwandten auch keine Karte schreiben oder Päckchen schicken, wie das zum Beispiel zwischen den beiden Deutschlands in der Zeit der Teilung der Fall gewesen war oder zwischen Österreich und der Tschechoslowakei damals. All das ist nicht möglich. Wenn wir Nordkorea betrachten, dann sehen wir einen Staat, ein totalitäres Regime, das mit dem Feuer spielt, das immer wieder mit Gewalt droht, auch nach außen hin, das nach innen hin Gewalt anwendet gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger und absolut keine Einmischung duldet und erlaubt. Jetzt verstehe ich meine Arbeit auch als eine Arbeit für ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen. Und die Stärke nach außen, die soll natürlich dazu beitragen, ja, die europäischen Interessen zu vertreten, aber auch die europäische Sichtweise auf Themen wie den Klimawandel oder den Frieden. Und gleichzeitig auch zu vertreten, was wir europäische Werte nennen, aber was eigentlich universelle Werte sind, wie die Menschenwürde, wie die Freiheitsrechte. Und da gilt es viel zu unternehmen. Jetzt ist es ein großes Thema, dass militärisch die Europäische Union noch nicht das in die Waagschale bringen kann, was eigentlich der Größe und der Wirtschaftskraft unseres Kontinents entsprechen würde. Aber in der Entwicklungspolitik ist Europa heute schon stark, sogar am stärksten auf der ganzen Welt. Und das gilt auch für Nordkorea. Also nähern wir uns Nordkorea vielleicht von dieser Seite. Was tut denn Europa schon Sinnvolles und vor allem, wie tut es Europa so, dass es auch dort ankommt, wo es ankommen soll? Das ist ja in einem totalitären, autoritären Regime nicht immer selbstverständlich. Man muss etwas ausholen dafür vielleicht. Als der Wandel auch hier in Europa im Jahr 1989 und 90 war, der Zusammenbruch der sozialistischen Staatengemeinschaft, ist in Nordkorea eine gewaltige Hungersnot ausgebrochen. Man weiß nicht, wie viele Menschen ihr zum Opfer gefallen sind, aber es gibt Schätzungen zwischen 200.000 und zwei Millionen Menschen, vielleicht sogar noch mehr. Und das gesamte frühere Plansystem ist zusammengebrochen. Und 1995 hat dann Nordkorea sich geöffnet für ausländische Hilfen. Und die ersten, die mitgeholfen haben, das waren wirklich europäische Organisationen. Das war aus der Europäischen Union ECO. Das waren Organisationen wie die Deutsche Welthungerhilfe, wie Konzernen von Irland, Organisationen, die sich um Behinderte und um andere Gruppen gekümmert haben. Und natürlich auch im größeren Rahmen das Welternährungsprogramm, World Food Program, das auch sehr stark mit auch von der Europäischen Union finanziert wurde dort. Und man hat dann in langen, langen Verhandlungen über die Jahrzehnte hinweg inzwischen einen Modus gefunden, wo wir als Europäer glauben, wir können einigermaßen das kontrollieren, was wir in Nordkorea tun. Nahrungsmittelhilfen sind fast nicht mehr notwendig, außer für bestimmte Randgruppen oder besonders prekäre Gruppen wie werdende Mütter oder Säuglinge, wo es eben zum Beispiel um die Versorgung mit Vitaminen geht, vor allem in den Wintermonaten. Und die anderen Projekte sind keine Entwicklungsprojekte, weil es keine offiziellen Entwicklungsbeziehungen beider Seiten gibt, aber humanitäre Projekte, die helfen, die Entwicklung in Nordkorea, eine gesunde Entwicklung für die Bevölkerung voranzutreiben. Dazu gehört ganz, ganz wichtig natürlich der Zugang zu dieser Bevölkerung und auch die Messung der Ergebnisse, das, was man Monitoring nennt. Und man muss sagen, dass es im Laufe der Jahre besser geworden ist. Es hängt allerdings auch damit zusammen, dass wir inzwischen viel kleinere Projekte haben. Am Anfang gab es großflächige Nahrungsmittelhilfen. Dort gab es natürlich auch großflächig die Möglichkeit, zum Beispiel fürs Militär etwas abzuzweigen. Inzwischen ist man sehr, sehr viel fokussierter auf bestimmte Bereiche, vor allem im landwirtschaftlichen Bereich, im forstwirtschaftlichen Bereich etc. Und dort kann man dann besser diese Kontrolle auch betreiben, sodass wir insgesamt jetzt sagen können, dass wir ziemlich genau wissen, wo auch das Geld, was nicht mehr so viel ist, wie es auch mal war, aber wo es hingeht und wie es dort verwendet wird. Dann schauen wir uns die politische Ebene näher an und hinterfragen, was die Zukunft bringen kann und wie wir positiv beitragen können zu der Zukunft. Sie haben schon erwähnt, es gibt ein Wiedervereinigungsministerium in Südkorea. Wiedervereinigung ist ein präsenter Begriff, aber nicht wirklich ein realistisches Szenario nach allem, was wir heute prognostizieren können aufgrund völlig unterschiedlicher Systeme, unterschiedlicher Geschwindigkeiten, einer ganz sicher fehlenden Bereitschaft von der einen Seite auf das System der anderen Seite überzugehen. Es ist schon ein Erfolg einer Generation, wenn man so will, dass nicht täglich Waffen sprechen, sondern dass Frieden herrscht, aber Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger in Nordkorea, das ist in weiter Ferne. Und auch eine Welt, die sich nicht fürchten muss vor Nordkorea, ist auch in weiter Ferne. Wie können wir denn an diesen beiden Schrauben drehen? Vor allem, was kann die Europäische Union als Beitrag zu einer positiven Entwicklung leisten? Ich glaube wirklich, ein ganz wichtiges Thema ist die Schaffung von Vertrauen im politischen Bereich. Denn Nordkorea ist sehr aggressiv, aber die Aggressivität speist sich aus anderen Quellen als die bei manchen anderen Regimen. Es gibt keine zum Beispiel Weltabgewandtheit, kein religiöses System, wie wir es in manchen arabischen Staaten kennen, wo auch der Terrorismus dann religiös begründet wird, wenn auch mit sehr zweifelhaften Begründungen, sondern das Wichtigste für Nordkorea, für die Elite, für die regierende Klasse ist der Machterhalt. Dazu wird auch die Aggressivität eingesetzt. Aber nicht so, wie wir es früher manchmal verstanden haben. Es gab da im Deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel diesen Titel Der Irre mit der Bombe. Es handelt sich hier nicht um Irre, sondern es handelt sich um sehr kühl kalkulierende Politiker. Zynisch manchmal, nicht dumm und diplomatisch durchaus klug agierend, die auch die Schwachpunkte, die Elite hat sich jetzt erwähnt haben, nämlich die fehlenden Machtmittel zum Beispiel, um gewisse Ansprüche, um gewisse Werte durchzusetzen, durchaus erkennen und bei uns sehen. In dieser Situation ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man zunächst Vertrauen schafft. Und das ist die Aufgabe der Diplomatie eigentlich, zu sagen, als Europäer, wir sind keine richtig beteiligte Nation, wie im Rahmen dieser sechs Parteiengespräche oder der früheren Kriegsparteien im Koreakrieg, sagen wir mal China, Russland, Amerika. Aber wir sind ein wichtiger Staatenbund, eine wichtige Einheit, die dazu helfen kann, Vertrauen zu schaffen und Foren zu schaffen, auf denen es dann auch zu Austausch zum Beispiel von Nord- und Südkoreanern oder von Nordkoreanern mit der Weltgemeinschaft kommen kann. Dazu kommt gleichzeitig dann die Aufgabe, nicht zu vergessen, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt, massive. Und das tut die Europäische Union ja unter anderem immer im Rahmen der Vereinten Nationen, wo jedes Jahr die EU mit eine Resolution sponsert zum Thema Menschenrechte. Das ist sehr wichtig, dass das Thema nicht vergessen wird. Aber gleichzeitig muss man Nordkorea auch gewisse Perspektiven bieten, zu sagen, wenn es Verbesserungen gibt, dann können wir das und das tun, um auch die Wirtschaftslage im Land zu verbessern. Und man muss als dritten Punkt dann sehen, dass die humanitäre Hilfe auch von der politischen Ebene so weit wie möglich abgekoppelt werden sollte. So wie wir es auch mit afrikanischen Staaten machen oder mit anderen Staaten, die in Not sind, die teilweise auch diktatorisch regiert sind, wo wir eben sagen, die Hilfe für die Bevölkerung ist noch mal ein anderer Punkt. Und ich glaube, die EU-Staaten und die EU haben dazu sehr gute Mittel entwickelt inzwischen. Ein Kennzeichen totalitärer Regime ist ja auch immer, dass die Religionsfreiheit eingeschränkt wird, dass Glaubens- und Gewissensfreiheit neben der Redefreiheit und der Pressefreiheit überhaupt den Freiheiten des einzelnen Menschen eingeschränkt werden. Wie stellt sich denn da die Situation in Nordkorea dar? Ja, leider ist die Situation so wie auch bei den anderen Freiheiten. Sie sind im Grunde nicht gegeben. Es gibt ganz wenige Aushängeschilder, Kirchen, die keine echten Kirchen sind. Tempel, in denen es einzelne Mönche gibt, buddhistische Mönche, die ja keine echten Mönche sind, die dort praktisch Angestellte des Staates sind. Es gibt aber eine gewisse Bereitschaft, im Rahmen humanitärer Projekte in den Dialog mit Religionsgemeinschaften zu treten. Und es muss eben eine Aufgabe der Europäischen Union sein, diese auch mit einzubinden bei humanitären Lösungen. Wir haben zum Beispiel die Hilfswerke der katholischen Kirche wie Miserio oder so, die teilweise seit Jahren auch in Nordkorea aktiv gewesen sind oder aktiv sind. Oder in Rason, einer Stadt ganz im Norden Nordkoreas, an der Grenze zu China und Russland, ist ein Krankenhaus vom Benediktinerorden mit unterstützt worden seit Jahren. Und dort sind wichtige Güter, Hilfsgüter hingeliefert worden. Also die Kirchen können eine gewisse Rolle spielen. Aber die Kirche als solche, der Glaube als solcher wird als Kritik am absoluten Machtanspruch der Kim-Familie verstanden und deshalb unbarmherzig verfolgt. Insbesondere wenn es sich um nicht registrierte Gläubige handelt, die zum Beispiel dort zu finden sind, wo Nordkoreaner nach China geflüchtet sind, dann zurückgekommen sind und teilweise eben einen neuen Glauben mitgebracht haben. Andererseits haben Sie ja schon, Herr Seliger, den pseudoreligiösen Charakter der Ästhetik dieses totalitären Regimes erwähnt und das Wort zynisch verwendet für die Machttechnik, die von diesem Regime zur Anwendung kommt. Mir scheint es auch zynisch zu sein, religiöse Städten zu behaupten, die gar keine sind und zu betreiben mit Menschen, die gar nicht wirklich dieser Religion angehören. Und so passt das, was Sie sagen, ins Bild. Christinnen und Christen sind ja die größte aus religiösen Gründen verfolgte Gruppe der Welt. In irgendeiner Form sind es bis zu 200 Millionen Christinnen und Christen, die verfolgt werden und selbstverständlich sind aus der Historie, der Geschichte viele Christinnen und Christen davon betroffen, dass es in Nordkorea keine Religionsfreiheit gibt, wenn wir sehen, dass Südkorea neben den Philippinen der asiatische Staat mit den meisten Christinnen und Christen an der Gesamtbevölkerung ist. Also wir dürfen auch nicht unterschätzen, was wir in Europa an Freiheiten haben, aber auch nicht unterschätzen, welche Verantwortung wir haben, solche Freiheiten nach anderen Menschen auf dieser Welt zukommen zu lassen. In Südkorea wird gewählt im Herbst. Was ist denn für diese Wahl und ausgehend von dieser Wahl für das politische System zu erwarten? Ja, wir wählen im April jetzt schon das Parlament, das ist die Nationalversammlung und wir haben bisher eine Nationalversammlung, in der es keine klare Mehrheit gibt. Der Präsident, wir haben ja ein Präsidentschaftssystem in Korea, das heißt in Südkorea eine sehr mächtige Stellung des Präsidenten, der gehört der Double Minjotang an, der demokratischen Partei, das ist eine Partei, die im Mitte-Links-Spektrum angesiedelt ist und diese Partei hat im Parlament jetzt keine Mehrheit und regiert mit wechselnden Mehrheiten, mit kleineren Parteien, die im Linken bzw. Mitte-Rechten-Spektrum angesiedelt sind. Ursprünglich hatte man erwartet, da der Präsident an die Macht gekommen ist, im Rahmen eines Amtsenthebungsverfahrens für seine Vorgängerin, Park Kün-Hey, mit einem großen Sympathievorsprung, dass bei den nächsten Parlamentswahlen dann auch seine Partei die Mehrheit erringen würde. Das sieht jetzt nicht mehr ganz so klar aus, denn es hat inzwischen wieder eine Reihe von Problemen gegeben, innenpolitische Skandale, aber auch wirtschaftspolitische Probleme. Das Wirtschaftswachstum war im letzten Jahr das niedrigste seit langer, langer Zeit und man sieht insgesamt eine immer weiter zurückgehende sogenannte potenzielle Wachstumsrate. Das ist auch kein Wunder bei einem Staat, der jetzt schon so weit entwickelt ist, aber daran müssen sich die Koreaner gewöhnen. Man kann also nicht genau sagen, wie die Parlamentswahlen ausgehen. Es könnte gut sein, dass wir weiterhin ein Parlament haben, in dem sich das rechte und linke Lager doch einigermaßen gleich stark gegenüberstehen und in dem der Präsident sich langsam seine Mehrheiten suchen muss. Wir haben ein Mehrheitswahlrecht in Südkorea, das heißt, die beiden großen Parteien sind bevorzugt da, aber man versucht jetzt ein bisschen in Richtung der Verhältniswahl für einen Teil der Sitze zu gehen, sodass die kleineren Parteien auch sicher im Parlament wieder vertreten sein werden. Alles Fragen, die wir uns nur stellen dürfen, weil Südkorea eine Demokratie ist und alles zahlen, die es gar nicht gibt in Nordkorea oder anderen totalitären Regimen. Ich sage das auch, um uns selbst immer wieder daran zu erinnern, dass Demokratie sehr herausfordernd ist, sehr wettbewerbsorientiert, viele Meinungen in den Topf geworfen werden, aber Demokratie nach dem sehr, sehr bekannten Zitat von Winston Churchill eben die schlechteste Staatsform ist, mit Ausnahme aller anderen, wie Winston Churchill das nicht ohne britischen Humor formuliert hat. Es gibt noch ein sehr, sehr ernstes Thema, mit dem wir schon ins Finale gehen des heutigen Podcast-Gesprächs. Ein Thema, auf das wir als Österreicher oder Deutscher besonders behutsam, auch besonders genau und auch selbstkritisch schauen müssen, nämlich die Geschichte schlimmer Verwerfungen zwischen Japan und Korea. Eine Geschichte, die nach wie vor zwischen diesen beiden Völkern steht, auch wenn verantwortungsbewusstes Leadership auf beiden Seiten auch schon manche Fortschritte ermöglicht hat. Aber was beinhaltet denn genau diese Geschichte? Was ist passiert? Was ist der Status quo und was kann die Zukunft bringen? Die koreanische Halbinsel war im 19. Jahrhundert ein selbst isolierter Staat. Man wollte keine Kontakte zu anderen haben. Das führte aber dazu, dass im Gegensatz zu Japan oder China eben auch sehr wenig von der Modernisierung des 19. Jahrhunderts in Korea angekommen ist. Dann kam es zur erzwungenen Öffnung, zu sogenannten ungleichen Verträgen, Handelsverträgen mit Amerika, mit Frankreich, auch dem Deutschen Reich, dann mit Japan. Und 1910 ist Korea dann japanische Kolonie geworden und ist das bis 1945 geblieben. Als der Zweite Weltkrieg verloren war, haben die Japaner fluchtartig Korea verlassen. Und dann ist Korea aber nicht wieder zusammengewachsen, sondern dann haben die Großmächte des Kalten Krieges, die UdSSR und die USA, Korea zunächst geteilt. Und es ist dann zum Koreakrieg gekommen und so weiter. Es hat natürlich Versuche zur Aufarbeitung der Geschichte, der Kolonialgeschichte gegeben. Aber in Japan hat die Art, in der dann die Demokratisierung dort eingeführt wurde, unter Beibehaltung des Kaisertums, letztlich dazu geführt, dass es die Japaner nicht so schwer gemacht wurde, die Augen zu verschließen vor der eigenen Geschichte. Und es stehen noch zwei ganz große Themenbereiche zwischen beiden Ländern, die jetzt die Hauptstreitpunkte sind. Das eine ist die Geschichte von Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg. Und noch schlimmer vielleicht die Geschichte der sogenannten Trostfrauen. Das waren Zwangsprostituierte im Zweiten Weltkrieg. Und es hat sehr viele Lösungsversuche gegeben. Aber von beiden Seiten, muss man sagen, sind diese leider immer wieder gestört worden. Die Südkoreaner, die sich natürlich als Opfer der Geschichte sehen, zu Recht, haben von den Japanern mehr entgegenkommen erwartet. Und insbesondere, was sie eine ehrliche Entschuldigung nennen. Es haben sich die Japaner schon über 150 Mal entschuldigt, inklusive Parlamentspräsidenten, hochrangige Politiker. Aber es wurde immer wieder aus südkoreanischer Seite die Ehrlichkeit bezweifelt. Und letztlich führte das dazu, dass dann auch auf südkoreanischer Seite sehr oft, wenn innenpolitische Gründe anstanden, die Japan-Karte gezogen wurde, der Hass gegen Japan oder das Misstrauen gegen Japan auch ausgenutzt wurde, um Wählerstimmen zu gewinnen. Meines Wissens gibt es aber auch handfeste finanzielle Fragestellungen, die zwischen Korea und Japan stehen, wo etwa die Zeiten, in denen Menschen in Zwangsarbeit waren oder sogar in Zwangsprostitution waren, nicht angerechnet werden als Pensionszeiten oder eben in anderen sozialrechtlichen und sozialpolitischen Fragen und wo offenbar die Hilfe aus Japan oder ein angemessenes Verhalten aus Japan noch aussteht. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Allerdings sagen die Japaner, es hat eben die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen 1965 gegeben. Damals hat Korea großzügige Kredite bekommen für die damalige Zeit. Es ging um 200 Millionen US-Dollar, was eine Menge Geld war und was tatsächlich eine Art Initialzündung für das schnelle Wachstum in den Jahren geworden ist. Und damit sehen die Japaner jede Verantwortung von sich genommen. Die Koreaner sehen das natürlich anders. Und zwar argumentieren sie, dass es noch individuelle Schadensersatzforderungen gibt, sowohl der Zwangsarbeiter wie auch der Trostfrauen. Und es hat jetzt eine Verschärfung der Situation dadurch gegeben, dass südkoreanische Gerichte tatsächlich die Konfiskation japanischen Eigentums in Südkorea verfügt haben. Das heißt, dass dort Firmen konfisziert wurden. Und damit ist Japan einem sehr empfindlichen Nerv getroffen worden und hat dann wiederum wirtschaftliche Gegenmaßnahmen getroffen, die sich hochgeschaukelt haben. Nun hat es in den letzten Monaten eine gewisse Entspannung der Situation wieder gegeben. Erste Treffen von beiden Seiten. Man darf nicht vergessen, bei allen Problemen, Japan und Südkorea sind die beiden Demokratien in der Region, sind eigentlich zwei geborene Partner, nämlich Partner in der Verteidigung von Werten, auch Partner in der Verteidigung und in der Ausnutzung eines Wirtschaftssystems, eines gemeinsamen Wirtschaftssystems und natürlich vor allem auch in der Frage, was mit der koreanischen Halbinsel als Ganzes passieren soll. Sie beide stehen natürlich in schwerem Gegensatz zu Nordkorea. Insofern wäre es für beide Seiten ganz, ganz wichtig, eine Lösung zu finden, die nach vorne blickt. Nun muss ich als Deutscher selber sagen, wir in Deutschland haben auch lange, lange Jahre gebraucht, bevor die schwierigsten Probleme, wie die der Zwangsarbeit gelöst wurden. Aber es wäre sehr dringend notwendig, wenn sich auf beiden Seiten die Politiker finden würden, die gemeinsam diese Lösung suchen können. Ganz klar und wir haben einen Weg gefunden in Österreich oder Deutschland, das, was niemals vergessen werden soll, auch niemals zu vergessen und müssen diesen Weg auch jeden Tag neu beschreiten, weil dieses Vergessen leider auch immer wieder versucht wird, gesellschaftlich. Unsere Podcastgespräche haben einen fast zeitlosen Charakter, sind jedenfalls nicht tagesaktuell. Dennoch eine aktuelle Frage ganz zum Schluss. Wir führen das Gespräch Ende Februar hier im Europäischen Parlament in Brüssel und das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, beschäftigt China ganz besonders, hat aber zum Beispiel im automotiven Sektor schon im Jänner zu Einbrüchen geführt und im Februar noch mehr. Nordkorea, Südkorea, die koreanische Halbinsel ist nicht weit von China und hat auch ziemlich dicht gemacht, um möglichst sicher zu sein vor dem Coronavirus. Wie ist denn die aktuelle Situation und was zeigt da ein Ausflug in die kommenden Wochen und Monate? In Südkorea ist es so, dass wir jetzt nach meinem Wissen 31 Infizierte haben. Man hatte lange Zeit um die 20 Infizierte. Leider sind in den letzten Tagen wieder welche dazugekommen, die nichts mit den vorher Infizierten zu tun hatten. Das heißt, es gibt einen neuen Weg der Infizierung und man ist jetzt dabei, wieder Tausende von Menschen, die mit diesen anderen Neuinfizierten in Kontakt gekommen sind, zu prüfen. Es gibt eine sehr starke Verunsicherung in der Gesellschaft. Die meisten Südkoreaner laufen mit Masken herum, auch wenn die Wirksamkeit dieser Masken sehr fraglich ist. Man hat aber natürlich im medizinischen Bereich alle Voraussetzungen, um auch einer Seuche Herr zu werden. In Nordkorea ist es etwas anders. Dort ist es so, dass man eine lange Grenze mit China hat und dass diese Grenze sehr, sehr aktiv war, dass dort immer wieder Menschen hin und her gegangen sind, dass aber im Inland die medizinische Versorgungssage sehr, sehr schlecht ist und auch die Möglichkeit zum Beispiel den Weg der Infizierung nachzuverfolgen. Man hat dann direkt am Anfang, als die Seuche ausgebrochen ist, eine Quarantäne verfügt für alle Menschen, die das Land betreten. Diese Quarantäne beträgt im Moment vier Wochen. Aber es scheinen nicht genügend Hilfsmittel da zu sein, Schutzanzüge, Fieberthermometer, Reagenten zur Messung des Coronavirus, um wirklich mit Sicherheit sagen zu können, es gibt einen Ausbruch oder nicht. Gestern hat noch die nordkoreanische Gesundheitsministerin bestätigt, dass man keinen echten Corona-Fall hat. Es ist aber eben sehr zweifelhaft, ob es nicht schon Todesfälle gegeben hat, die als solche gar nicht erkannt worden sind. Und jetzt hat das ganze Land dicht gemacht. Ein Land von 25 Millionen Menschen. Alle Grenzübergänge sind dicht. Es gibt keinen Flugverkehr mehr. Es gibt keinen Eisenbahnverkehr mehr. Es gibt kaum noch Güterverkehr. Das heißt, das ist auch eine wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Lage, die sich sicherlich in den nächsten Monaten noch sehr negativ auch auf die Wirtschaftsentwicklung des Landes auswirken wird. Also diese schlimme Krankheit stellt alle vor große Herausforderungen. Und es ist nicht schön zu reden, aber es zeigt diese schlimme Krankheit auch, dass die Menschheitsfamilie manchmal zusammenrücken muss. Ich sehe das auch in der Zusammenarbeit mit chinesischen Offiziellen, deren Sprache sich sehr geändert hat, als die Krankheit ausgebrochen ist. Und noch immer verändert ist, was diese Krankheit betrifft. Weil ohne einander zu helfen, wird es nicht gelingen, diese Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Und das weiß auch die chinesische Seite. Und vielleicht kommen wir so einem Miteinander auf Augenhöhe dem, was man Reziprozität auch nennen kann, näher. Danke für die tiefen Einblicke in die staatliche und gesellschaftliche Situation auf der koreanischen Halbinsel. Bernhard Seliger von der Hans-Seidel-Stiftung aus Bayern, diesmal im Podcast-Talk. Danke für den Besuch im Europäischen Parlament und das interessante Gespräch. Herzlichen Dank.